Die ersten Fahrräder rollen schon über den neuen und ab sofort dauerhaften Radsweg in der Münchner Elisenstraße. Ich finde es sehr super. Es war endlich Platz auf der Straße und die mussten nicht mehr so ausweichen. Und erst recht mit dem Lastenfahrrad. Ich finde es super, vor allen Dingen hier bei der Straße, weil es da vorher echt richtig gefährlich war, wenn man gar nicht wusste, wo man als Radfahrer fahren soll. Die Radler freut's, doch der Verein Mobil in Deutschland befürchtet durch die neuen Radswege den endgültigen Verkehrskollaps und will sogar Klage einreichen. Präsident Michael Haberland war auch gegen die Pop-up-Bike-Lanes. Wir wollen das einfach mal gerichtlich überprüft haben, ob man wirklich machen kann in dieser Stadt, was man will, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht auf Dauer. Denn es ist ja wirklich so, dem einen nur was nehmen, dem anderen etwas geben. Das funktioniert in der Familie mit den Kindern auch nicht so. Mehr Platz für Autos? Für die Fraktionsvorsitzende der Münchner Grünen, Anna Hanusch, der falsche Ansatz zur Lösung städtischer Verkehrsprobleme. Da sehe ich überhaupt keine Chance, dass da irgendein Gericht sagt, das kann man nicht im Sitte des Allgemeinwohls für den Klimaschutz, für mehr Schutz für die Menschen, die sich hier bewegen, es sorgt für Verkehrssicherheit. Also da sind eigentlich alle sozusagen Argumente meiner Meinung nach auf der Seite für mehr Radfahren. Wie in der Elisenstraße werden auch die ehemaligen Pop-up-Radwege in der Gabelsberger, Rosenheimer und Theresienstraße zu fixen Radwegen. Wie in der Elisenstraße werden auch die Menschen, die sich hier bewegen, die sich hier bewegen,